Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von MR-Rhetorik. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und du kannst es hinter mir sehen, dort ist die Stehgreifrede dran, die Struktur der Stehgreifrede. Und die haben wir gerade in einem Training erarbeitet und da fiel mir wieder auf und wir haben es schon das ein oder andere Mal gehabt. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Reedeeinstieg? Vielleicht kannst du dich erinnern, der Reedeeinstieg ist, ja was ist der? Der ist, ich will behaupten, der erste Eindruck, die erste Beurteilung, die du bekommst, geht ganz schnell. Ich drehe mal ein Stück weit die Kamera. Das ist ein Stück weit die erste Beurteilung, die du bekommst. Der Reedeeinstieg ist, will ich dir folgen oder habe ich keinen Bock auf dich? Möchte ich dir zuhören oder denke ich an was anderes? Bin ich jetzt beim Redner oder nehme ich mir lieber mein Handy? Das sind die Gedanken, die am Anfang gehen und so ein erstes Urteil ist super, super schnell gebildet. Und deswegen gestalte den Reedeeinstieg so, dass es für die Zuhörer super interessant ist, dass sie sagen, boah, da muss ich unbedingt zuhören und spannend und so weiter. Wenn dir das gelingt, wirst du merken, dass dir auch der gesamte Vortrag viel, viel leichter fällt, weil die Zuhörer mitgehen, weil die Zuhörer bei dir sind. Und ich möchte dir heute, ich gehe mal davon aus, drei werden es wohl werden, drei Reedeeinstiege geben, die du nutzen kannst. Und der erste Reedeeinstieg ist, und wir haben es hinten dran zu stehen, schon mal eine Geschichte. Ich möchte, ich reite darauf immer wieder rum, vielleicht ist es dir aufgefallen, wenn du eine Geschichte erzählst, dann lauschen die Zuhörer, weil wir lieben Geschichten. Bitte erzähl eine wahre Geschichte und Menschen werden dir an den Lippen kleben. Angenommen der Fall, du hast einen Vortrag zum Thema Teamentwicklung, machen wir Teamentwicklung und erzählst eine Geschichte, wo du vielleicht mal irgendwann, ich sage jetzt mal, auf die Schnauze gefallen bist, wo es dir nicht gelungen ist. Da fühlen diese Menschen rein und sagen, ah, weißt du was, das kennen wir, das ist uns auch schon mal passiert. Und dann kannst du diese Geschichte doch erzählen mit allen Gefühlen, mit allen Dialogen, mit allen Storys und am Ende natürlich abrunden. Dann sagst du, Mensch, meine Erkenntnis ist oder aus dieser Geschichte heraus. Und das ist das Interessante, du kannst mit einer Geschichte Menschen etwas viel, viel näher bringen, als wenn du ihnen einfach sagst, so war es, so ist es und daraus haben wir gelernt. Wenn du ihnen zwei, drei, vielleicht sogar fünf Minuten wirklich das chronologisch erzählst, was passiert ist, werden sie ganz, ganz nah sein an dem, was du gerne erzählen möchtest. So, das ist schon mal eine Möglichkeit, du kannst mit einer Geschichte beginnen. Und dann kannst du mit einer Sache beginnen, die ist ungemein spannend und wird deinem Zuhörer, ja, vor Spannung zerreißen lassen. Mit dieser Technik kannst du, kannst du deinen Zuhörer sowas von fesseln, weil ein Spannungsbogen aufgebaut wird, der kaum noch erträglich ist. Die Technik bietet dir die Möglichkeit, dass du deinen Zuhörer so reinziehst, dass die quasi mit offenem Mund vor dir sitzen und sagen, nur sag doch endlich, was ist es? Und ich habe es jetzt schon gemacht. Das ist die Verschleierung. Die Verschleierung ist etwas, du kommst mit, ja, mit fünf, sechs, sieben Sätzen, sagst du, das Produkt wird ihnen, das Produkt zeigt ihnen, mit diesem Produkt werden sie. Ja, was ist das für ein Produkt, was ist das für ein Produkt? Oder diese Technik, diese Möglichkeit, was immer du hast und dann fang an, das Ganze zu umschreiben, fang an, den Mund wässrig zu machen. Zeige diesen Menschen, hey, ich habe hier was ganz Wertvolles und du wirst gleich sehen, was es ist. Es ist wie so ein Vorhang und dann irgendwann, da ist es. Das ist das Spannende an der Sache. Du hast etwas verschleiert, du hast es im Nebel stehen lassen und dann zeigst du es irgendwann. Und wie gesagt, bitte mit ungefähr fünf, sechs, sieben Sätzen und dann musst du sagen, das ist es. Und dann musst du natürlich liefern. Aber das ist dein Einstieg, wo du ungemein viel erreichen kannst. Du kannst hier außergewöhnlich stark auftreten, weil einfach das Publikum denkt, ja, was ist es denn? Weil der Nebel weg will. Dein Gehirn will doch dafür sorgen, ah, das ist es. Und das ist das Interessante dabei, wenn du die Verschleierung nimmst. So, jetzt hatten wir schon die Geschichte. Jetzt hatten wir die Verschleierung. Und eines der womöglich interessantesten Sachen, und das ist quasi nochmal eine Stufe höher als die Verschleierung, das ist das Informationsdefizit. Angenommen, du fängst deinen Vortrag an, machst den Mund wässrig und sagst dann, und das erfahren sie gleich, dann werden dir die Zuhörer ganz, ganz lange folgen. Du kannst zum Beispiel damit loslegen, dass du sagst, meine Damen und Herren, diese neue Technik, die wir hier haben, wird ihr Leben revolutionieren, ihre Vorträge werden etwas ganz anderes werden. Und wie genau sie das hinkriegen, das bekommen sie am Ende meines Vortrags. Das bekommen sie in wenigen Minuten. Das erzähle ich ihnen gleich. Irgendwie so. Also erst mal mundwässrig machen und dann Schluss. Und dann redest du über irgendwas anderes. Und dann erzählst du über dies, das, jenes. Und am Ende machst du den Bogen zu. Am Ende sagst du, und darum geht es. Und das ist das Wichtige. Du musst unbedingt den Bogen zumachen. Also, wir haben Beschichte, Verschleierung und jetzt das Informationsdefizit. Wenn du mit dem Informationsdefizit arbeitest, dann kannst du zwischendurch immer wieder diesen Loop aufmachen, immer wieder diese Spannung erzeugen, weil das für die Zuhörer super, super interessant ist, dort zu folgen und dort zu wissen, hey, was passiert? Ich will mehr wissen, nun sag schon. Und damit kannst du loslegen. Und mit den drei Möglichkeiten bitte ich dich, nie wieder irgendwie sowas zu machen wie, sehr geehrte Damen und Herren, ich erzähle ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist, ich habe das Thema mitgebracht, das will keiner mehr, das möchte keiner mehr hören. Bitte nimm die drei Möglichkeiten oder auch gerne hier diese anderen Sachen, die du hier siehst. Du kannst mit einer Wiederholung einsteigen. Ein Zitat ist auch sehr, sehr schön. Aber heute hier in diesem Video war der Schwerpunkt draufgelegt auf die drei Techniken. Geschichte erzählen, kannst du. Verschleiern, musst du ein bisschen üben. Und das dritte ist Informationsdefizit, kannst du auch nehmen, weil das ist etwas, was wir immer wieder machen. Und wenn dir diese Einstiegsmöglichkeiten geholfen haben und du möchtest sie üben, dann komm gerne auf mein Seminar. Im Februar geht es los, jetzt ist erstmal Weihnachtszeit und so weiter. Im Februar legen wir los, da kannst du live üben. Wir gehen da ganz, ganz tief rein, damit du danach ein noch besserer Redner bist, als du vielleicht jetzt schon bist. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Kommunikation ist so ungemein wichtig. Kommunikation kann so viele Türen aufmachen und kann so viel bewegen. Deswegen wünsche ich dir, dass du jeden Tag ein kleines bisschen besser wirst, damit deine Reden noch besser sind, damit du noch mehr erreichen kannst, als du vielleicht jetzt schon erreicht hast. Denn nur wer gut redet, wird auch richtig Erfolg haben. Deswegen wünsche ich dir jetzt, es ist Donnerstag, einen wunderbaren Tag. Wir haben, was ist, Totensonntag? Ich glaube, Totensonntag ist vor der Tür. Und dann geht es schon in die Adventszeit rein. Weihnachten ist nicht mehr weit. Freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Tag, habt eine gute Zeit und wir sehen uns.